Schön ist das geworden. Ja, das ist wichtig auch für den Herbst. Eine Herbstblume oder wir haben fast Winter, Anna? Winterblume. Das könnte auch eine Schneeflocke sein. Ja, Schneeflocke. Oder eine Eisblume. Eisblume. Wie weißt du die, die am Fenster wachsen? Erinnerst du dich? Wie sehen die aus? So. Hallo, Leute, wie soll ich das sein? Hallo. Heute zeigen wir euch die Post. Ja, und wir haben so die alle bekommen. Ja, also Hannah hat bekommen einen Brief. Den lese ich jetzt einmal vor. Warte. Das ist wirklich auf der Seite. Okay, erst kümmern wir uns um den Brief. Ich gucke, ob da was drin ist, okay? Ja. Guck mal, hier sind schon mal Aufkleber für dich. Boah, auch ein München. Äh, 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 ein großer Fingerring. Liebe Spielzeugtester, ich will mich bei euch bedanken dafür, dass ihr so tolle Videos macht. Ich liebe eure Videos und finde die Spiele, die ihr testet, einfach klasse. Ich finde euch lustig und will mich, wie gesagt, bei euch bedanken, dass ihr so tolle Videos macht. Und dieser Brief, den dürft ihr gerne in einem Video vorlesen. Ich habe euch lieb und hoffe, dass ihr weiter Videos macht. Eure Mia. Mia. Den Namen lese ich nicht vor. Eure Mia. Danke, Mia. Ja, vielen Dank für den schönen Brief. Ja, und danke, dass du dir auch lieber gefahren sollst. Das ist von Sebastian und von Nils. Nils. Und Sebastian. Die beiden haben dir die ganze Box geschickt und das Spiel noch dazu. Da sind drei verschiedene Spiele drin. Ja. Zeig dir mal an die Kamera. Da ist ein Quartett drin, Memo, vielleicht soll das Memory heißen und Mau Mau. Und wer sind die? Wer sind die zwei Mädels? Anna und Elsa. Genau, von die Eiskönigin. Ja, und hier hinten ist auch Anna und Elsa. Richtig groß. Mhm. Oh, da kannst du noch die Box aufmachen. Ja. Das ist alles für dich, alles von Sebastian und von Nils. Oh, die ist voll, bis oben hin. Oh, warte, warte. Erst von oben am besten Anfang. Ja, vielleicht hockst du dich doch lieber hin, ne? Oh, jetzt verschwindest du aus dem Video, Anna. Guck mal hier, Mama. Das ist ein Duschgel mit... Glitzer. Das ist richtig gut. Ja, das ist nur für Mädchen, ich gedacht. Da können auch Jungs mit baden, wenn sie möchten. Ja, aber... Dann sind sie halt im rosa Glitzer. Rosa Glitzer mögen alles. Richtig. Da kann man nichts mit falsch machen, mit rosa Glitzer. Und guck mal hier. Du Schaum, guck mal. Wer geht nachher in die Wanne? Ich. Guck mal, hast du gleich was zum Spielen. Boah, ist das schön. Ein Glitzerband. Ein Glitzerband. Und wer ist vorne drauf? Mini Mouth. Mini Mouth. Der Schmetterling. Eine Schleife. Und hier. Überraschung, Saja. Ich mach die auf. Ich setz die raus. Oh je. Oh je. Oh je. Einer hat es nicht überlebt. Die Reise. Aber die machen wir jetzt nicht alle auf, ne? Aha. Nur das hier. Ja, das kannst du aufmachen. Gib mir mal die anderen, äh, das andere Eichen noch. Die Schokolade. Dankeschön. Ja, jetzt kannst du aufmachen. Boah. Was ist drin? Mini Mouth. Und was? Ein Kettchen. Oh, boing. Lass liegen. Nur ein Kettchen? Da ist nichts dran. Oh, ich hab jetzt auch überall schon Schokolade an der Hand hängen. War da nichts dran? Kein Anhänger? Nein. Vielleicht in dem anderen Mini Mouth. Das packen wir dann mal in einem anderen Video aus, ne? Hey, hey, ein Geschenk sogar. Ja, mit Schokolade. Ich hol das Größte raus. Ich mach das mal auf. Okay. Da ist auch... Nee. Kinderschokolade ist das. Ja, Kinderschokolade. Gut zugeklebt, ne? Ja. Wer ist das? Conny. Kannst du das erkennen? Ja, Conny. An den Klamottenstürms? Conny. Conny. Nein, Conny-Spiel. Wo gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas? Ich hab's ja Conny gesehen. Ich auch nicht. Und eine Conny-ZP. Die hab ich schon. Oh. Ja, das passiert manchmal, ne? Weil Hannah hat schon ziemlich viele Conny-Sachen. Ja. Aber... Und wenn ich eine verlore, dann hab ich noch die hier. Das stimmt, wenn du die verlierst. Ja, die will ich gehalten. Okay. Und das ist Conny und die Tiere. Das ist ein lustiges Merkspiel. Das können wir gerne mal spielen, ne? Ja. Oh. Hä? Ich kann das gar nicht sehen, was das ist. Oh, das ist auch zum Baden, Hannah. Aber hier drin ist eine kleine Lücke. Ja, das ist so ein Zauberbad-Ball. Der sehe ich irgendwie... Ach, da ist eine Schwammfigur noch drin. In dem Ball, glaube ich. Oh, und guck mal, was hier ist. Zeig. Knisterbad. Oh, ist das... Noch eine. Da ist auch eine Figur. Meinst du? Wo stand das denn? Ja, tatsächlich. Auch eine Schwammfigur. Guck mal hier. Was ist das? Schogi. Und hier sind die Grafen. Wafiras. Noch mehr dran? Noch eine Wafiras. Jetzt ist leer. Ja. Ist das hier? Kann ich das hier auch machen? Okay. Nee, die machen wir auch in einem anderen Lügen auf. Ja, das... Bestimmt ist da der rote... Aber den hast du ja schon, Hannah. Draki hast du schon. Erinnerst du dich? Ja. Dass wir alle mir was geschickt haben. Aber hier müssen wir ein bisschen... Das ist ein bisschen zu viel. Da hast du recht, Hannah. Aber den weiß ich nicht behalten. Du darfst, glaube ich, alles behalten. Aber das ist so toll. Vielen Dank, Sebastian und Nils, dass ihr an Hannah gedacht habt. Ja, und das ist richtig gut. Der glitzert richtig schön. Ja, der glitzert richtig schön. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, nee. Wäre schlimmer gewesen, wenn es die Lampe umgehauen hätte, ne? Ja. Heben wir gleich wieder auf. Da sind noch zwei Sachen. Schokolade. Nee, das ist für... Das habe ich gekauft, Hannah. Das kommt an den Weihnachtsbaum. Das ist von Smarties. Sind das sieben Kugeln. Und die kann man an den Weihnachtsbaum hängen, wenn wir den schmücken. Und sind auch Schokolade. Da ist Schokolade, genau. Die kann man dann hinterher essen. Aber erst kommen die zum Schmücken an den Weihnachtsbaum, ne? Ja, dafür haben wir was Weihnachtliches. Genau. Und auch Überraschungseier sind auch Weihnachtlich. Ja, aber die haben keinen Bindfaden, Hannah. Die kann man schlecht anhängen. Die haben einen extra Faden. Kannst du die Fäden sehen da drin? Ja. Genau, und die kann man um die Äste machen. Äste. Um die Äste. Tannenäste. Um die Tannenzweige. Ja, oder um die Tannenzweige. So, wir zeigen euch nochmal alles. Ich schiebe das mal zu Hannah hin. Die Saphiras. Ein Spiel. Eine CD. Schoki. Viele Sachen zum Baden, damit du immer schön sauber bist. Überraschungseier. Und noch. Kannst du das Spiel auch noch nehmen? Ach, hier ist auch noch Schokolade. Hannah liest erstmal. Danke, Sebastian. Und Nils. Von mir auch. Danke, dass du mir ein bisschen Sachen gewinnen hast. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtesten. Tschüss. Tschüss. Ich bin so. Au. Tschüss. Dschüss. ...